Manchmal kommt man nicht drum rum, manchmal muss man einfach mal wieder ein Remake von dem Video machen, weil die Zeit das eine oder andere geändert hat. Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmerstein TV Studio. Diesmal mit einem Video, was es so vor gut viereinhalb Jahren schon mal gab. Und zwar habe ich euch damals in einem Video die Teile vorgestellt, die Lego Design geschützt hat. Jedenfalls ein Teil davon, weil, was ich damals nicht wusste, wohl dazu gleich im Anschluss vom Video mehr. Ich hatte damals seinerzeit mir eine Liste von der Anwaltskanzlei WBS ausarbeiten lassen, welche Teile von Lego noch geschützt waren und habe euch die im Mai 2019 hier auf dem Kanal vorgestellt. Das ist ein sehr gut besuchtes Video gewesen. Wir sind mittlerweile viereinhalb Jahre ins Land gegangen und es hat sich einiges getan. Manche Designs sind ausgelaufen, andere sind dazugekommen und auch auf dem Klemmersteinmarkt an sich hat sich so einiges getan. Und von daher ist es einfach Zeit, hier mal das Ganze in aktueller Form wieder neu hochzuladen. Deswegen habe ich hier mal was vorbereitet und habe euch eine Excel-Tabelle bzw. eine PDF fertig gemacht, wo die momentan aktuellen, wirklich relevanten, geschützten Teile drin sind. Download-Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich habe die Sachen rausgelassen, die jetzt, ich sage mal so in der ersten Jahreshälfte von 2024 auslaufen. Das sind zum Teil zum Beispiel die Figuren, die Spielfiguren von Duplo und noch ein paar andere Sachen. Die habe ich hier jetzt nicht mehr drin. Aber alles, was so, na, ich will mal sagen, danach dann ausläuft, ist dann hier schon durchaus drin. Also so ab, ja, die Technik-Sachen zum Beispiel und so, die haben wir alle hier drin. Werde ich jetzt gleich mit euch mal zusammen durchgehen. Ich werde hier oben immer dann die Bilder dazu einblenden. 177 Teile sind es, die hier in dieser Liste drin sind. Entschuldigung, ihr könnt sie euch gerne mal runterladen. Und wir sprechen die einmal grob durch. Manche, ich werde das hier oben dann immer einblenden. Manche davon sind irrelevant, aber zu einigen werde ich dann auch mal einen Ton sagen. Einmal vorab, wir haben ja verschiedene Schutzrechte. Da habe ich auch mal schon mal ein Video zu gemacht. Und da gibt es einmal das Patentrecht. Dann gibt es das Markenrecht. Dann gibt es das Design-Schutzrecht oder Geschmacksmuster-Schutzrecht hier in Deutschland. Heißt das jedenfalls so, Geschmacksmuster, geiler Name. Und es gibt dann noch das UWG, das Unlautere Wettbewerbgesetz. Hier in diesem Video soll es heute um Designs gehen. Und das sollte man auch nicht durcheinander werfen, weil es verschiedene Sachen sind. Ein Patent ist für technische Lösungen. Marken sind eine Sache, die eigentlich ewig halten können, solange sie genutzt werden. Zum Beispiel die Minifigur von Lego ist eine 3D-Marke. Wir sind es alle. Oder halt das rote Rechteck mit dem Lego-Logo-Design drin. Das sind Marken, die halten, solange sie genutzt werden, nahezu ewig. Dann gibt es halt das UWG, das Unlautere Wettbewerbgesetz. Das soll verhindern, dass man sich quasi an den guten Ruf einer anderen Firma ranwanzt und den ausnutzt, indem man slavische Nachahmung macht und den Kunden dadurch verwirrt und vielleicht zu einem Kauf veranlasst, den er gar nicht machen wollte, weil er eigentlich Lego kaufen wollte. Und da dann halt was anderes für gekauft hat. Deswegen ist es zum Beispiel so wichtig, dass wenn man jetzt Klemmbausteine, Klemmbausteinsets selber unter eigener Marke herstellt, dass das Verpackungsdesign möglichst unterschiedlich ist zu dem von Lego. Da gibt es auch schon mehrere Gerichtsurteile zu. Und dann kommen wir hier zu den Designschutzrechten. Und da ist Lego ja momentan relativ aktiv wieder unterwegs. Das hatte ich auch schon seit einiger Zeit prophezeit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns das mal alle wieder vor Augen führen, was hier geschützt ist. Ich werde diese Liste auch den chinesischen Herstellern zur Verfügung stellen, dass die dann, wenn sie denn möchten, das mal durchgucken und dementsprechend auf diese Teile verzichten, sich Alternativteile ausdenken, die ihren Endsets dann benutzen. Ja, weil im Endeffekt ist es so, Lego nutzt hier ein Recht, was denen zusteht. Was halt so in der EU Gang und Gäbe ist. Und das ist auch okay, dass die das nutzen. Das Problem ist die Schwäche dieses Gesetzes selber hier. Und zwar sind die Designschutzrechte ungeprüfte Schutzrechte. Das heißt, der Aufwand, irgendwas einzutragen beim DPMI, dem Deutschen Patent- und Markenamt, oder auch beim OIPO, dem europäischen Pendant dazu, ist unwesentlich aufwendiger, als sich in einem Newsletter einzutragen, wie das einer meiner YouTube-Kollegen so schön formuliert hat. Und er hat nicht ganz Unrecht damit. Also das kriege selbst ich hin, ohne allzu große Hilfe, Sachen einzutragen. Ich habe ja mittlerweile auch mehrere Designs eingetragen. Und es ist wirklich kein Hexenwerk, das zu machen. Auch überschaubares Geld ist aber halt sehr wichtig, dass man das tut, um halt Sachen zu schützen. Allerdings finde ich das mit dem Ungeprüften kritisch. Weil wenn es erst einmal eingetragen ist und die Widerspruchsfrist vergangen ist, dann ist es durchaus schwierig, dieses Schutzrecht wieder aus diesem Register rauszukriegen. Und ein Richter, der dann in einer Verhandlung ist, wo es um rechteverletzende, oder gegebenenfalls rechteverletzende Teile geht, ist angehalten, die Validität der Schutzrechte in seiner Urteilsbegründung und alles anzunehmen. Das heißt, es ist nicht an dem Richter, der dann zum Beispiel Lego gegen irgendeine Firma den Fall beurteilen soll, an dem ist es nicht zu beurteilen, ist dieses Recht valide. Das müsste man in einem anderen Verfahren klären. Und das läuft erstmal nicht vor Gericht, sondern das läuft vom OIPO oder vom DPMA. Das heißt, man kann als Marktteilnehmer, also auch durchaus als Privatmann, der Sachen kauft, Einspruch gegen solche Designs einlegen und kann sagen, da gibt es aber was, das war schon so ähnlich und hin und her. Und kann sagen, aus den und den Gründen halte ich das für nicht schützenswert. Oder es gab schon was, was so ausgesehen hat, deswegen ist das nicht schützenswert oder es ist ein Schutzhemmnis. Und solche Sachen. Und um da mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen, begrüße ich euch hier in einem wirklich langweiligen Video. Ich sehe ja jetzt schon, es sind schon viele Minuten, die ich hier nur blöd erzählt habe, um so ein bisschen den Boden vorzubereiten für die Saat, die jetzt kommt. Also nehmt euch einen Kaffee, das wird ein langes Video oder irgendein anderes Heißgetränk, was dafür sorgt, dass ihr euch halbwegs wohl fühlt. Setzt euch hin in bequemer Position und stellt euch hier auf ein langes Video mit jede Menge uninteressanten Informationen ein. Aber es ist einfach mal wieder Zeit dafür. So, deswegen wollen wir erstmal gucken hier. Also es gibt halt hier das Designschutzgesetz. Und da haben wir dann halt hier erstmal die Begriffsbestimmung. Und da steht dann, im Sinne des Gesetzes ist ein Design die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere auf den Merkmal der Linien, Konturen, Farben oder Gestaltung, Oberflächenstrukturen oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Ist ein Erzeugnis jeder industrielle und handwerkliche Gegenstand einschließlich Verpackung, Ausgestaltung, grafische Symbole, typografische Schriftzeichen, sowie von Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen. Ein Computerprogramm gilt nicht als Erzeugung. Da gibt es eigene Gesetze für. Im Sinne des Gesetzes ist, Moment, jetzt bin ich mir verrutscht, ist ein komplexes Erzeugnis ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, sodass das Erzeugnis auseinander und wieder zusammengebaut werden kann. Punkt 4 ist eine bestimmungsgemäße Verwendung, die Verwendung durch den Endbenutzer ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung und Reparatur. Und ein Design ist im Sinne des Gesetzes, gilt als Rechteinhaber der in das Register eingetragene Inhaber des eingetragenen Designs. Und als eingetragenes Design, ist Paragraph 2, wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat. Das ist wichtig hier an dieser Stelle. Wie schon gesagt, es sind ungeprüfte Rechte. Das heißt, die Sachen, die hier eingetragen sind, da hat nie einer geprüft. Sind die wirklich neu oder haben die Eigenart? Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbar geworden ist. Das heißt, wenn es schon irgendwo in diesem Musterschatz, der draußen in der Welt irgendwo ist und das Internet ist groß, dann ist das nicht neu. Dann kann man es eigentlich nicht eintragen. Aber ich sage, es prüft ja keiner. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Und da haben wir natürlich jetzt einen Punkt, was sind unwesentliche Einzelheiten? Da hat natürlich jeder eine andere Auffassung davon. Ist das Hinzufügen einer Noppe oder das Weglassen einer Noppe eine unwesentliche Einzelheit? Schwer zu beurteilen. Das sind halt Stoffe, aus denen Rechtsstreite gemacht werden. In diesem Fall würde man sich dann halt erstmal an das DPMA oder ans OIPO wenden und sagen, da sehe ich aber nicht, dass das nur unwesentliche Veränderungen sind. Das ist keine Wesentlichkeit, keine das Gesamtbild, Erscheinungsbild verändernden Sachen. Und da müssten die das beurteilen. Dann ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet. Informierter Benutzer. Das heißt, wenn ihr seht, das sind drei Noppen und es gab das aber schon mal mit zwei Noppen oder es sind jetzt vier Noppen, aber genau das gleiche gab es mal mit zwei Noppen. Ihr seid der informierte Benutzer. Ist der Gesamteindruck so anders, das ist hier durchaus auch wichtig. Denn ein anderes Design bei der Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbar worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Gegenstand der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt. Das heißt, je enger der Bereich ist, in dem er sich da bewegen kann, desto enger ist halt auch der Gestaltungsfreie Raum und desto schneller kommt man da in den Schutzanspruch rein. Okay, dann vom Designschutz ausgeschlossen, das wird jetzt richtig interessant, Erscheinungsmerkmalen von Erzeugnissen, die ausschließlich durch den technischen Funktionen bedingt sind. Da denkt man jetzt erstmal bei Klemmbausteinen, oder die Waldfee, das ganze Ding können wir hier, ist durch. Jedenfalls die meisten davon. Ein paar Sachen sind hier wirklich Design, aber im Großen und Ganzen fehlt hier doch bei vielen, dass das nicht technischer Funktionen bedient. Aber heutzutage wissen wir alle, große Firmen arbeiten mit Lobbyisten und wenn man hier, einer meiner lieben YouTube-Kollegen hat es herausgefunden, ich glaube, der Donnergoogler war es, nagelt mich nicht darauf fest, dass Lego durchaus ein paar hauptberufliche Lobbyisten in Brüssel beschäftigt, die halt die Interessen von Lego da vertreten und ich vermute mal, dass dieser Gesetzzusatz, der jetzt hier kommt, weil das hört sich für mich an wie ein Lego-Paragraf, der ist von diesen Lobbyisten durchgeboxt worden, um Lego das Leben leichter zu machen. Weil jetzt wird es nämlich wirklich, wirklich interessant. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal eben einmal gucken, hier, vom Designschutz ausgeschlossen und dann haben wir hier nämlich einen Ergänzungspunkt 2 im Paragraf 3. Erscheinungsmerkmale im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 sind vom Designschutz nicht ausgeschlossen, wenn sie dem Zweck dienen, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Teilen innerhalb eines Bauteile-Systems zu ermöglichen. Also, das Lego-Baustein-System quasi ist hier die Ausnahme für alle anderen Beschränkungen, die es im Design gibt. Und, naja, ein Schelm, der da böses denkt, dass Lego da vielleicht die Finger im Spiel haben könnte. Allerdings haben wir dann hier das Paragraf 4, Bauelemente komplexer Erzeugnisse. Ein Design, das bei einem Erzeugnis, das Bauelemente zu einem komplexen Erzeugnis ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in einem komplexen Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selber die Voraussetzung der Neuheit und Eigenart erfüllen. Das heißt, hier haben wir eigentlich wieder eine Sache, die für Lego durchaus schwierig ist, weil das bedeutet ja, dass die Teile eigentlich immer sichtbar bleiben müssen und oft sind die ja irgendwo tief drinnen verbaut und sie müssen dann im verbauten Zustand immer noch diese Eigenart quasi sichtbar da sein lassen. Also das sind alles Sachen, die irgendwo beurteilt werden müssten, um hier wirklich eine fachliche Auswahl hinzukriegen, weil ich würde mal behaupten, dass von diesen 177 Designs, die wir jetzt hier drin haben, viele nicht schutzwürdig sind. Lego arbeitet mit einer Rechtsanwältin, Ali Kante, zusammen. Ich glaube, die trägt denen alles ein, was die ihr sagen und die prüfen teilweise, glaube ich, einfach gar nicht, ob es das schon mal gab, ob es da schon einen Formenschatz gab, der dieses abdeckt, wie zum Beispiel die 1x5. Plate, die sie auch einmal eingetragen lassen. Also wir haben in den letzten zwei Jahren haben wir sechs Designs, die hat Lego surrendered, weil es die einfach schon gab und die trotzdem eingetragen haben. Und die haben die aber auch nur surrendered, also aufgegeben, weil halt Leute widersprochen haben hier. Und das ist halt das einzige Mittel, um hier gegen diesen Designschutz vorzugehen beziehungsweise ihn auf das zurückzustutzen, was er wirklich aussagt. Und das ist aber auch gar nicht so einfach. Also Lego ist da durchaus bereit, auch in die Vollen zu gehen, zum Beispiel mit der Firma Delta Sports. Das ist ja die Firma, die für Lidl zum Beispiel die Playtiff-Figuren und Sets und sowas alles importiert. Die liegen seit nun geschlagenen acht Jahren mit Lego wegen einem geschützten Teil vor Gericht. Also die sind wirklich durch die Beschwerdeinstanzen, bei den Patentämtern durch und da ist es dann hinterher wirklich dann bis vor das Gericht gegangen, bis vor das oberste Gericht hier in Europa und sogar wieder zurück, weil es dann Verfahrensfehler gibt. Das zieht sich seit acht Jahren hin. Also es ist durchaus eine schwierige Geschichte und das ist halt das Gemeinde daran. Wenn es erstmal eingetragen ist, gilt der Schutz erstmal, bis das Ganze geklärt ist. Und das macht sich Lego zunutze. Kann man ihnen aus rein sachlicher Sicht noch nicht mal einen Vorwurf rausmachen, weil, ich meine, Lego ist ein milliardenschwerer, multinationaler, seelenloser Großkonzern, dass die natürlich nach den Spielregeln der Großen spielen, das ist klar. Und dass die sich auch die Kriegsschauplätze ganz genau aussuchen, ist auch klar. Und ich kann euch auch Stein und Bein versprechen, dass die durchaus an die Großen rangehen, aber das wird in irgendwelchen Hinterzimmern geklärt, die wir nie, wo wir nie was von hören und sehen. Allerdings muss man sagen, Lego ist unter den Großkonzernen eigentlich noch, ich sag mal, der Einäugige unter den Blinden. Also die legen es nicht drauf an, jemanden, wenn er am Boden liegt, noch nachzutreten. Das machen andere Konzerne definitiv anders. Großdeutsche Elektronik-Werkzeughersteller zum Beispiel, könnte ich da nennen. Da gibt es einen Fall, mit dem ich gerade so ein bisschen so am Rand mal mithöre, wo ich denke, wow, alter Vater. Oder wir sprechen von Nestle oder anderen. Also die treten teilweise wirklich nach und wollen einfach nur zerstellen, das tut Lego nicht. Also die geben wirklich Ruhe, wenn man dann das unterschrieben hat und selbst wenn man dann mal nochmal erwischt wird, sind die sogar relativ kulant in der Regelung. Also das kann man wirklich nicht sagen. Und dadurch, dass die wissen, dass ein Auge auf denen ruht, sind die da wirklich mittlerweile sehr reflektiert, wenn die vorgehen. Natürlich nutzen die ihre Rechte aus. Natürlich beschützen die. Die sind auf einem Rückzugsgefecht und die wollen das natürlich so lange wie möglich aufhalten. dass die Hersteller hier auf den Markt kommen, die Alternativen. Es geht hier um Milliarden. Es ist ein Milliardengeschäft und da brauchen wir keine romantisierten Vorstellungen davon haben, wie da Fairness aussieht. Also das, was da als Fairness gilt in diesem großen Markt und da auch wirklich Fairness ist, das ist für uns unfaires Spiel. Das ist nun mal einfach so, weil wir in einer komplett anderen Welt leben. Na gut, jetzt habe ich hier schon über eine Viertelstunde erzählt. Jetzt wollen wir endlich mal zu den geschützten Teilen gehen. Ich blende euch das hier immer ein und sage dann immer ein Wort dazu. Also wir haben hier, ich scrolle mal hier durch, das kann ich besser erkennen mit meinen nicht mehr ganz so guten Augen. So auf die PDF, die ich euch auch zum Runterladen habe. Wir haben da einmal den Hai von Lego, wie wir ihn von Piraten-Sets kennen. Der ist noch bis 28 geschützt. Dann haben wir die kleine Lego-Figur, also die so große ungefähr. Auch die ist bis 28 geschützt. Dann einmal ein Stein mit einer C-Klemm dran, wo da jetzt der kreative Teil ist, weil im Endeffekt ist das eine Modified Plate mit noch einer Plate oben und einer Auf-Plate drunter. Und das wird uns ganz oft begegnen, dass wir hier geschützte Teile haben, die im Endeffekt einfach nur zusammengeklebte Einzelsteine sind, die dann eine neue Form zusammen ergeben. Und wo da die Eigenart und die Neuheit im Design ist, lassen wir mal dahin stellen. Bei dem Hai sehe ich das, bei diesem Teil zum Beispiel gar nicht. Dann kommen wir zu einem Schrägfenster, auch bis 28 geschützt. Dann die 2x1 Plate Modified mit C-Klemm. Die ist auch momentan schon im Angriff. Gute Zehens-Designs sind momentan in Prüfung, teilweise in der ersten Instanz zu Ungunsten von Lego. Lego ist in Berufung gegangen. Und deswegen sind die momentan halt immer noch geschützt. Das waren auch Sachen, die bei Markus zum Beispiel zum Tragen gekommen sind. Diese geht offiziell noch bis November 28. Dann haben wir hier dieses 3x3 T-Stück aus dem Technik-Bereich. Auch 28. Dann hier so ein Kugellengelenk aus dem Technik-Bereich. Dann haben wir hier das Fernglas von Lego, auch bis November 28. Dann hier so ein... Jetzt kommt ein ganzer Teil Technik-Teile, die halt zum Beispiel bei den Autos und sowas stark zum Einsatz kommen. Panels und diese Seitenteile und sowas. Die sind alle noch bis November 28 geschützt. Denen würde ich sogar durchaus einen Designanspruch irgendwo zubilligen. Dann kommen wir hier zu Schienen. Und da habe ich damals in meinem letzten Video Bockmist gemacht und habe nämlich nicht gesehen, dass das die Schienen sind, wo die Schienenstränge nur zwei Noppen Abstand haben und nicht vier, wie wir das bei den Eisenbahnen haben. Das sind nämlich Schienen, die waren zum Beispiel bei Indiana Jones im Set mit dabei oder auch bei Friends. Die sind erstmal noch bis 24 geschützt, können aber nochmal um fünf Jahre erweitert werden. Ich habe hier immer dann in Klammern das hinterstellt, was die längste mögliche Schutzzeit hier ist. Dann haben wir hier ein Ding, wo ich mich wirklich frage. Da gab es schon mehrere Einsprüche gegen und die sind immer wieder als schutzfähig tituliert worden, das Ding hier. Das ist der 1x1 Roundplate mit einem Loch drin. Das heißt, hier hat dann wirklich irgendein Prüfer gesagt, oh, also ein Loch, das ist sowas von toll, das ist sowas von einzigartig, voll designschutzwürdig, wird aber immer wieder angegriffen und ich halte es auch immer noch für völligen Kokolores, dass das Ding in Schutz genießen kann. Dann haben wir hier so eine Art Windschutzscheibe, ja, könnte. Dann hier haben wir so ein X-Element für den Bau von irgendwelchen größeren Strukturen, ist bis höchstens 29 schutzfähig, sehe ich auch. Dann hier wieder ein Ding, was ich kritisch sehe, 4x4 Plate mit 2x2 Aussparung. Da ist halt wieder die Frage, inwiefern ist das Weglassen wirklich, ja, also kann vielleicht, ich weiß es nicht. Ein Technikteil haben wir hier, dann hier ein Fenster, sehe ich gar keine Schutzwürdigkeit, weil Fenster in der Art gab es schon in allen möglichen Größenvarianten im Vorfeld, ist aber immer noch bis 29 schutzfähig, theoretisch, wenn keiner dagegen vorgeht. Dann haben wir hier wieder ein Technikteil, dann hier den absoluten Witz, finde ich jedenfalls, 2x2 Teil mit einer Loppe in der Mitte und das ist auch so ein Teil, was halt in unfassbar vielen Sets drin ist. Noch bis 29 eigentlich geschützt, müsste eigentlich auch mal wirklich auf dem Prüfstand. Das Problem ist, wenn man jetzt gegen vorgeht, bis das Ganze beurteilt ist, es ist 24, wenn Lego das dann wirklich über 8 Jahre hinzieht, dann haben sie trotzdem die komplette Schutzzeit irgendwo voll. Dann kommen jetzt ein paar Duplo-Teile, die halt auch noch bis 31 geschützt sind, wobei hier zum Beispiel das 4x4 Round Plate ist unter Attacke, halte ich absolut gar nicht schutzwürdig, aber das ist ja keine Rechtsberatung hier, ich sage das jetzt nur mal so aus meinen Augen raus, die 2x6 Plate zum Beispiel, die ist als Invalid erklärt worden, also als Back geht nicht. Dann haben wir hier dieses Teil, bis 31 noch, dann Brackets, da ist eins unter Attacke, die hochstehenden Brackets, die sind hier geschützt, das ist das 2x2 hoch, 2x1 lang, dann haben wir das 1x2, also nur eine Reihe, auch hoch, die sind halt gleichzeitig eingetragen worden, trotzdem gab es Sachen in der Richtung schon, ich halte das für kritisch, schutzwürdig, halte ich das nicht, dann haben wir hier das nach unten dann, das Bracket, da gab es halt das 2x2, das ist ein 2x1, ob das genug Neuheit hat, das sind eben die Sachen, wo ich wirklich nicht weiß und die Dinger, die sieht man eigentlich nie, wenn die hinter verbaut sind, weil da immer noch was draufkommt, die sind halt haltende Elemente, von daher halte ich die Brackets eigentlich prinzipiell für gar nicht schutzfähig, aber ist nur meine Meinung, müssten Fachleute klären. Dann der Teiletrainer von Lego, definitiv halte ich den für schützwürdig, ist bis 31 noch geschützt, dann haben wir hier ein Technikteil, dann haben wir hier diese Rundteile, dann hier den Corner, 2x2 mit abgeschnitten, die Bilder sind ein bisschen klein geworden, bitte ich zu entschuldigen, dann haben wir hier so einen halben Arch, da gibt es mittlerweile auch zig von und gab es auch vorher schon, ist nur eine leichte Abwandlung, ob da wirklich Neuheit drin ist, weiß ich nicht, dann hier dieses Viertel, also eigentlich ein Achtel Ball quasi, weiß ich nicht, dann kommen wir hier zu dem 3x4 Teil, mit 4 Noppen drauf, wie es bei den Minifiguren dabei ist, ist noch bis 30, quasi durch Verlängerung schutzfähig und da kämpft halt, wie schon gesagt, Delta Sport, die Schwarzgruppe, seit um 8 Jahren mit Lego, um das Aberkennen der Schutzfähigkeit quasi und Lego ist immer wieder, immer wieder reingegangen, hat das Ganze in die Länge gezogen, das ist schon bis zum EuGH gegangen und wieder runter und ist immer noch nicht abschließend geklärt, bin gespannt, was da noch kommt. Dann haben wir hier wieder ein Fenster, das ist mal so ein bisschen wie so ein Rundbogen oben für eine Burg oder irgendwie sowas, auch da, ich weiß nicht, ob das wirklich so einen neuen Gesamteindruck erweckt, dann haben wir hier ein Teil, da kann ich sagen, ja, okay, könnte ich mit leben, dass da Schutz drauf ist, dann kommen wir hier zu der 2x1 C-Clap aufwärts, ich weiß nicht, da haben sie natürlich dann noch so Gedönse dran gemacht, so Kinkerlitzchen so an den Seiten und sowas, das Problem ist, dass die dann sagen, ah, also wenn du das weglässt, dann ist das aber trotzdem noch zu nah dran, wobei man dann wiederum sagen muss, da geht es ja darum, welche Möglichkeiten der Gestaltung ich überhaupt habe, um diesen technischen Zweck zu erreichen. Und das sind halt wieder Sachen, die geklärt werden müssten von Sachverständigen. dann haben wir hier den 2x2 Round Brick Geriffelt Modified, der ist noch bis 31 im schlimmsten Fall geschützt, dann hier diese Kürft Slope Rund Viertel, der ist geschützt, dann haben wir hier wieder ein Bracket, das ist auch unter Attacke, da sind einfach auch nur von einem alten bestehenden Teil links und rechts jeweils zwei Noppen dran gesetzt worden, ob das den Gesamteindruck genug ändert, weiß ich nicht, dann haben wir ein Fahrzeugdach, wo dann einfach zwei Noppen nach unten versetzt worden sind, auch das ist durchaus prüfungswürdig, dann hier Kürft Slope 2x6, nee 2x8 ist das, auch hier würde ich sagen prüfenswert, dann haben wir ein Motorrad, D'accord, da steckt definitiv kreative Energie drin, so ein Motorrad auszugestalten, dann haben wir hier einen Winkel aus dem Technikbereich, den sieht man meist auch nicht mehr, wenn er verbaut ist, von daher sehe ich den da eigentlich auch nicht so unbedingt als schutzfähig, dann haben wir das Pferd momentan, das aktuelle, auch bis 31 noch geschützt, ja da bin ich definitiv d'accord mit Lego, dass das Ding schutzfähig ist, dann haben sie hier den Trick angewandt, den alten bestehenden Stein ein bisschen abzuändern und zwei Teile rauszumachen und dadurch wieder einen Schutz zu generieren, ja, das kann man ja mit dem alten dann bauen, das sind halt so Sachen, da muss man dann halt ein bisschen drauf aufpassen, wenn man Designs und Sets selber macht, dann haben wir hier einen Technikteil wieder, kann ich mit leben, dass das Schutz genießt, dann hier einen konkaven Slope, 2x2x2, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ob der wirklich schutzfähig ist, was dann kommt, sehe ich den Schutz gar nicht, bis 32 wäre er aber noch da, wenn es nicht geklärt würde, 2x1, Brick, Modified, 90 Grad versetzte, Baurichtungsumkehr mit zwei offenen Noppen, das Problem ist, wenn ich jetzt dann zum Beispiel einen Stein selber gestalten würde und würde die Noppen einfach nur verschließen, dann würden mir die trotzdem irgendwo versuchen, da das Leben schwer zu machen, weil sie es können, weil die natürlich wissen, sie können das vor Gericht durchstehen, das Ganze, auch über 8 Jahre, wir können das alle nicht und deswegen greifen die dann natürlich auch so große Firmen wie Cobi oder Mattel oder sowas nicht an, weil die könnten es und da haben sie keinen Bock drauf, bei uns Kleinen ist das ein relativ schneller Sieg, genau wie bei diesem Teil hier, da haben wir 6x6 Round Plate und die gibt es ja in zig verschiedenen Größen und gab es auch vorher schon, da brauche ich einfach nur hochgehen, zum Beispiel zu dem Duplo-Dring, das 4x4 sieht ja im Endeffekt genauso aus, nur mit hohlen Noppen und mit weniger Noppen, wo da der Gesamteindruck hinterher so neu sein soll, sehe ich nicht, dann haben wir hier so ein, ja ich weiß gar nicht, wie die heißen, ihr seht es ja hier, gab es auch andere vorher schon, die leicht anders designt waren, Gesamteindruck sehe ich da auch nicht anders, dann haben wir hier einen Clip, der auf dem 2x1 Plate angebracht wird, mittig, sieht man eigentlich hinterher auch nicht mehr, wenn er verbaut ist, von daher sehe ich da auch die Schutzfähigkeit eher kritisch, jetzt kommen wir hier zum Stein, ja den sieht man definitiv, wenn er verbaut ist, auch hinterher noch, allerdings sehe ich auch da den Schutz kritisch, bin ich übrigens nicht der Einzige, der ist im Angriff, ist allerdings auch ein Stein, der in fast allen Sets drin ist, so von anderen Herstellern, weil der halt tolle Bauergebnisse zeitigt, allerdings gab es den schon als 2x2 vorher, also die haben einfach nur einen Stein durchgeschnitten und haben gesagt, der ist jetzt total neu und es gibt auch einen, der noch ein bisschen höher ist, der wird zum Beispiel bei Kobi und bei Mega immer ganz besonders gekennzeichnet, dass man die bloß nicht verwechselt miteinander, naja, und ich glaube, der ist auch älter, sehe ich jetzt auch nie so, dann haben wir hier ein Dings auch unter Attacke, Technik Teil, gab es vorher mit 2 Löchern anstatt mit 3 noch hinzugefügt, super schutzwürdig, sehe ich nicht so, wird aber auch gerade geklärt, dann hier Teile aus dem Flugzeugbau geschenkt, die sehe ich durchaus als schutzwürdig an, da steckt ein bisschen Hirnschmalz drin, dann haben wir hier jetzt einfach einen 4x4 Roundplate, wo 2x2 Roundplate ausgestanzt worden ist, ja, dann hier wieder ein Duplo-Teil, eine Blume mit 4 Noppen und dann kommen wir hier schon langsam in aktuellere Gefilde, jetzt sind wir schon bei 33, bis wo das Ganze läuft, da haben wir jetzt hier so ein Teil, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ihr seht es hier, witzig ist, dass hinterher noch jede Menge Sachen kommen, die dem sehr, 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 sehr ähnlich sehen, die auch hier eingetragen worden sind und ob dann der Schutz da wirklich so da ist oder ob man sich dann hier auf diesen beziehen kann, weiß ich nicht. Achso, übrigens, wenn ihr euch fragt, was DED heißt, das ist Design Expire Redate, steht oben drin, damit ihr wisst, das heißt einfach an den Zeiten würde das enden können. Dann haben wir hier ein Kreuz mit 3x3 Noppen, nein, also sehe ich eigentlich auch nicht wirklich als schutzwürdig an, aber nun gut. Dann kommen wir hier wieder zu einer Plate, auch hier dann Technik-Teil mit versetzten Noppen drin, dann haben wir hier ein Teil, das würde ich definitiv als Design ansehen, allerdings kann man das leicht umgehen, wenn man zum Beispiel die Zwischenräume füllen würde. Dann haben wir hier einen 2x1 halbe Roundbrick mit ausgehöhlt. Okay, dann kommen wir hier zu den Super Mario-Sachen, ja, denen würde ich das durchaus zuspringen, dann haben wir hier die kleinen Figuren von Friends, denen würde ich auch durchaus eine Schutzwürdigkeit zusprechen, alles gut. Das Lenkrad hier mit einer 2x2 Noppenaufnahme, ich weiß ja nicht, und jetzt wird es richtig hanebüchend hier, einen 2x1, oder ich weiß gar nicht, wie man es jetzt sagen will, mit jeder Menge Noppen irgendwo dran geploppt und dann zum Teil hohl Noppen, um da irgendwie einen Designanspruch rein zu flanschen. Das Ding siehst du, wenn es verbaut ist, nirgendwo mehr, weil da immer Cover-Elemente drüber kommen. Und damit gehe ich mal wieder hier einfach mal und gucke mal hier in das Gesetz rein und gucke bei Paragraph 4. Das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses benutzt, eingefügt, hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement in einem komplexen Erzeugnis eingefügt ist und bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt. Und da wage ich mir bei diesem hier wirklich mal zu zweifeln. Dann hier so ein Tube-Ding. Achso, ich habe hier zwischendurch weggelassen so transparente Murmelbahnelemente oder was, ich weiß gar nicht, was das war, weil ich glaube, da hat keiner den Anspruch, die verbauen zu wollen. Dann hier wieder ein Bauteil, da habe ich selbst noch nie in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie aus den Sachen auch von Super Mario ist. Dann hier nochmal eine von den kleinen Friendsfiguren, von den Friendskindern quasi. Und dann hier so ein Bar-Händel. Ja, gut. Kann man sagen, da ist irgendwo eine gewisse Design-Schutzding drin, aber wenn du es rund machst, müsste der eigentlich schon wieder weg sein. Dann hier Marios Unterhose. Dann hier so Technikteile, die waren bei Eintragung teilweise mit verschiebender Wirksamkeit. Also die wurden erst gar nicht angezeigt, bis sie dann irgendwann auf den Markt waren. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt. Dann haben wir hier, das Ding ist auch geil, eine 8x8 Plate mit abgerundeten Ecken. Ey, super tolle Design-Idee. Ja, klasse. Dann hier, ich weiß nicht, die Rattenhabe ist das glaube ich. Dann hier auch wieder so eine Meisterleistung des Designs. Gab es bis jetzt als 2x1. Läuft, ist schon ausgelaufen jetzt. Jetzt haben sie als 1x1 eingetragen mit einer Kreuzaufnahme. Super gut. Dann hier ein Teil, 6x6 Plate mit Unterbau und 4 Technik-Pin-Aufnahmen. Dann hier eine 2x2 mit Technik-Pin-Aufnahme. Ja, okay, kann man mit leben. Technik-Teil kann ich auch mit leben. Noch ein Technik-Teil, weiß ich gar nicht, wofür es da ist, kann ich auch mit leben. Dann kommen wir zu dem Straßensystem von Lego dem Neuen. Ist halt schon wieder ziemlich ähnlich zu dem, wo ich oben schon drauf hingewiesen habe. Ja, sind halt Noten weggelassen worden. Aber ich finde es halt trotzdem sehr, sehr ähnlich. Dann hier wieder irgend so ein Technik-Teil, noch ein Technik-Teil und dann kommen wir hier wieder und das ist auch wieder unter Angriff und zwar ist das hier das 8x8 Round Plate. Wir haben ja schon vorher hier eine ganze Zeit vorher einen, was war das? 6x6 Round Plate. Das heißt, die haben jeweils eine Noppe an die Seite dran gesetzt und ey, total geiles, neues, innovatives Design. Nee, ist es nicht. Deswegen ist es auch unter Angriff. Dann irgendeinen Teil habe ich noch nie gesehen. Noch eine kleine Figur aus dem Fans-Gedönse, dann hier ein Fenster, was so im Rundbogen geht. Halte ich für schützenswert. Dann Sachen aus den neuen Technik-Motoren-Geschichten und Batterieboxen und sowas alle. Okay, halte ich für schützenswert. Dann hier wieder ein Teil, was zu diesem Straßen-Gedönse irgendwo passt. Mit abgerundeten Ecken. Dann hier ein Mauerteil, was halt irgendwie wie so ein 2x2-Corner ist. Da gab es schon in Größe die ganzen Dinger schon seit Jahren. Früher bei den Burgen und sowas alle sehe ich nicht, dass das schützenswert ist. Ganz im Gegenteil zu dem Teil, was wir jetzt hier haben. Da sehe ich durchaus, dass da Designleistung und Schutz reingeflossen ist. Kann ich mit leben. Dann hier ein Teil, das haben sie gleich zweimal irgendwie eingetragen. Ich habe jedenfalls keinen Unterschied zwischen den beiden gefunden. Das ist halt 2x1x2 mit 90 Grad versetzten Noppen auf den länglichen Seiten. Auf beiden Seiten. Auch hier sehe ich Paragraph 4 als Schutzhemmnis. Dann hier ein Ding, wo sie einfach wieder zwei bestehende Elemente zusammengeklebt haben. Weil da kann man einfach hier den 2x1 mit Loch drinnen nehmen und dann den Viertel-Technik-Pin reinstecken. Dann ein Ding, was definitiv völliger Kokolores ist, nämlich 2x1-Plates aufeinander geklebt. Das gibt es so schon seit Jahren von alternativen Herstellern. Sei es Kobi, sei es Mega, sei es chinesische Hersteller. Also Nullschutzfähigkeit müsste eigentlich unbedingt mal angegriffen werden. Dann haben wir hier so ein Round-Plate. Okay, kann ich mit leben. Dann hier einen Technikrahmen, kann ich auch mit leben. Und dann kommen wir wieder in den Bereich, wo ich sagen würde, ja, da sehe ich die wirklich Neuheit nicht. Weil das Design ist unheimlich ähnlich zu dem Design oben, nur dass bei dem dann doch mal eine 4x2-Plate irgendwie dran war. Also durch so minimale Wecklastung und Zufügung meinen die halt wirklich allen Ernstes hier schutzfähige Sachen zu machen. Und das sind auch alle Sachen, die sieht man hinterher nicht mehr, wenn die verbaut sind. Aber das ist auch geil hier. 2x1-Plate-Modified mit zwei Nubels an den Seiten. Äh, äh, okay. Und dann hier ein Teil, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, das kommt mir unheimlich bekannt vor. Ich kann es aber nicht einsortieren. Ob das bei Mattel war, also bei Mega oder bei Kobi, helft mir mal. Ob das nicht schon irgendwo war. Dann haben sie hier eine Idee, die haben sie 1x1 bei Kader gemopst. Ja, dann, ähm, hier wieder ein Technik-Teil, kann ich mehr leben. Dann hier ein Technik-L-Teil. Ja, weiß ich nicht. Und jetzt kommen die Sachen, wo ich mich richtig beömmeln könnte. Das Teil gab es halt als 2x1. Jetzt gibt es das auch als 1x3 und 1x4. Super schutzfähig, ganz geile Nummer. Denkt Lego. Sehe ich komplett anders. Gehören auch geprüft und angegriffen eigentlich. Dann haben wir hier den 3x3-Corner-Plate. Gab es als 2x2. Auch hier wieder das Hinzufügen von jeweils einer Noppenlänge halte ich nicht wirklich als für schutzwürdig. Zumal man die Dinger hinterher, wenn sie verbaut sind, auch nie mehr erkennen kann, was da jetzt da geändert hat. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann haben wir hier wieder ein Teil, habe ich noch nie gesehen, aber dem würde ich durchaus Schutzfähigkeit zusprechen. Dann haben wir hier ein Teil, das gibt es so eigentlich schon lange nur, dass da der Nupsi nicht nach unten gezeigt hat, der Henkel, sondern nach oben. Dann hier ein Technikteil. Wir sind jetzt übrigens schon bei 2043. Also das sind wirklich funkelnagelneue Designs, die gerade erst eingetragen worden sind. Ja, jetzt im Januar diesen Jahres. Hier ein Technikteil, habe ich vorher so noch nie gesehen. Dann haben wir hier wieder den Arch, den ich vorher eben schon gesagt habe, dass das ein Witz ist, dass der überhaupt eingetragen ist, auch um eine Noppe einfach verlängert. Und dann haben wir hier einfach ein paar von den schon oben aufgeführten Plates aneinander gesteckt und als neues Design eingetragen. Also Lego macht das ganz oft, dass die Sachen einfach Steine zusammenbauen, mit Sekundenkleber sozusagen und sagen, wow, geiles neues Design. Ja, müsste eigentlich mal geprüft werden. Aber es sind ungeprüfte Schutzrechte, deswegen kümmert sich darum keiner. Das war alles, was jetzt im OIPO drinsteht. Und jetzt wird der eine oder andere, der mitgezählt hat, sagen, das waren aber gar keine 177. Und dann muss ich sagen, es stimmt. Weil es gibt nämlich nicht nur das OIPO. Und das zum Beispiel hat damals die Kanzlei WBS auch falsch gemacht. Hatte ich ja am Anfang des Videos schon mal darauf hingewiesen. Die haben nämlich vergessen, beim WIPO nachzugucken. Es gibt nämlich noch eine Datenbank, das ist die World Intellectual Property Organization. Da kann man sich das alles angucken. Ist super unkonvenient, diese Datenbank. Ist super schlecht drinnen zu suchen. Da musst du wirklich dich einfuchsen, bis du da überhaupt was findest. Und dann gibt es das Hager Design. Und Lego hat auch einige Sachen beim Hager Design eingetragen. Und da hat zum Beispiel selbst die Anwaltskanzlei WBS nicht dran gedacht, danach zu gucken, ob da noch geschützte Teile sind. Weil da sind nämlich auch noch ein paar schöne geschützte Teile. Und zwar einmal das Teil hier. Das findet sich jetzt zum Beispiel in dem unsäglichen Orient Express bei dem Kofferwagen. Dann hier die 2x2 Plate, wo einfach eine Ecke und eine Noppe abgeschnitten ist. Ja, geiles Design. Dann hier ein völliger Witz. Einmal 1 Brick Modified mit an zwei Seiten eine Noppe. Also ich meine, wenn das nicht bahnbrechend ist am Design, dann weiß ich auch nicht. Dann hier eine 2x4 Plate mit einer Noppeaufnahme in der Mitte drunter. Und dann hier auch ein Ding, wo ich mir denke, so what the fuck. Das ist hier der 1x1x2 Brick mit zwei Noppen an den Seiten. Schweres Design, super gute Sache. Voll eingetragen. Dann hier einen Stein, habe ich so nie gesehen. Dem würde ich sogar eine gewisse Designfähigkeit zusprechen. Auch hier bei diesem Basis für ein Auto Zug Drehgestell. Keine Ahnung. Ach, übrigens Lego hat auch ein paar Sachen drin, die habe ich auch nicht aufgeführt. Bautechniken haben sie sich da auch als Design schützen lassen, wo ich nicht weiß, wo die drinnen waren und wofür die gut sein sollen. Aber die habe ich jetzt nicht mit aufgeführt hier. Sonst wären wir weit über 200 gekommen. Dann auch dieses Teil hier kenne ich nicht, habe ich nie gesehen. Und jetzt kommen wir hier in den Bereich Friends. Die Friends-Teile sind nämlich auch als Hager Design eingetragen und sind eingetragen vor 2015, 20 Jahre noch, also bis 35 gehen die noch. Ich habe jetzt hier bei denen immer nur das Eintragungsdatum, weil ich weiß nicht, wie das beim Hager Design mit den Verlängerungen ist. Beim OIPO und DPMA muss man alle 5 Jahre halt verlängern. Wie das hier läuft, weiß ich nicht, 100% nicht. Das Lego Baby ist da auch eingetragen worden am 30.12.2015 mit seinem Kopf auch. Da, ja, okay, sei es drum. Da würden sie sonst, ansonsten irgendwo aus Urheberrecht, ja Urheberrecht gibt es ja auch noch, auch noch so ein wildes Thema. Da sage ich am Ende des Videos noch mal was zu vorgehen. Und dann haben sie hier irgendeinen Teil habe ich noch nie gesehen, noch hier ein paar Teile. Dann hier diese, ähm, was ist das, 6x6 Roundplate halb mit einer 2x1 Ausklinkung. Ja, da kann man schon mal Schöpferstolz bei empfinden, wenn man sowas Tolles entwickelt hat. Genau wie bei diesem Ding hier, 2x1 Modified Plate mit diesen Barhandles jeweils an der Seite. Da gab es ja auch schon quasi ein Teil, wenn man da zwei davon verbaut hat, hat man den gleichen Effekt. Da haben wir übrigens auch schon mal eine Abmahnung wegen gekriegt, weil die nämlich genau zwei davon verbaut hatten und das auf der Verpackung dann so aussah, als wenn es das Teil gewesen wäre. Ja, dann hier wäre ein Konkava-Stein, eine Wetsch. Ja, dann hier 2014 eingetragen, hier so ein Versatzteil, den wir ja oben schon mal hatten, mit Meernoppen. Ich finde, das sind keine Eigenarten, die dann da irgendwo drin sind. Auch das wären Sachen, die müssten geklärt werden. Und dann kommen hier munter Friends Designs und da machen sie auch noch ein Urheberrecht drauf, geltend auf die Friends. Obwohl ich da auch das kritisch sehe. Das Problem ist, es kann keiner wirklich hinterfragen, weil es zu teuer wird. Mattel hat sogar rausgefordert, mit ihren Mega-Barbys jetzt, die sahen, ich sag mal, zu 90% aus, wie eine Friends-Figur. Problem ist nur, dass Lego die nicht angreifen wird, weil eigentlich die Friends-Figur aus wie eine Poly-Pocket-Figur. Und Poly-Pocket wiederum gehört zu Mattel. Das heißt, Mattel hat eigentlich alles Recht, seine Mega-Figuren wie eine Poly-Pocket-Figur aussehen zu lassen. Ja, also, ich glaube nicht, dass Lego die dann angreifen wird. Mich haben sie allerdings da schon wegen ans Bein gepisst und auch andere, wegen Urheberrecht und Designschutzverletzungen hin und her. Dann, ganz witziges Ding, also hier haben sie die ganzen Einzelteile, die dann aufgeführt sind. Die zeige ich jetzt hier gar nicht alle. Und dann gibt es die auch als zusammengebaute Figur, einmal Mädel mit Rock, einmal Junge. Und diesen Zusammenbau, der ist zum Beispiel in Amerika nicht als Design eingetragen worden. In Amerika prüfen die nämlich die Designs und haben dann gedacht, glaube ich mal, dass sie das gedacht haben, sonst hätten die das ja mit eingetragen, weil andere Sachen sind eingetragen. Und dann haben wir hier noch so ein Ding, ich glaube, das kommt aus diesen Buildable Figures, die sie damals mal hatten. Alles Hager-Designs, 177 hinterher an der Zahl, insgesamt angeschützten Teilen. Wie schon gesagt, das Video ist lang geworden, wir sind ja schon bei Minute 42 oder irgendwie sowas. Das sind halt die Sachen, mit denen Lego momentan noch arbeitet. Und es kommen immer wieder mal neue dazu und da muss man wirklich einen Close-Look drauf haben. Allerdings müsste einer wirklich da mal den Hut in der Hand nehmen, um danach zu gucken. Ich gehe ja einen anderen Weg. Ich versuche, die zu vermeiden. Wir haben Designs bei den Verpackungen, die weit genug sind von Lego, dass sie nicht aus UWG vorgehen können. Unsere Minifigur ist weit genug von der 3D-Marke weg, dass sie da nicht gegen vorgehen können. Wir benutzen keine geschützten Steine, eben um Lego hier keine Angriffsflächen zu bieten. Das ist natürlich die Lösung des, ja ich sag mal, des kleinen Mannes, weil wir nicht die Power haben hier das ganze Mal. Ich habe auch nicht die Nerven dazu. Das Kiddy-Kraft-Projekt, das fordert mich in solcher epischer Breite, dass ich wirklich, also guckt euch das Video von 2019 mal an und guckt dieses Video und ihr werdet sehen, ich bin erheblich grauer und älter geworden in diesen viereinhalb Jahren. Mehr als viereinhalb Jahre eigentlich abverlangen sollten. Und ich habe die Kraft nicht dafür. Aber hey, wenn da draußen jemand ist, der sagt, alles klar, den Hut nehme ich auf, der hier im Ring ligt. GoFroid, ich fände es geil, ich würde es feiern, ich würde darüber berichten. Weil hier sind, glaube ich, eine Menge Designs drin, die man definitiv nicht als schutzwürdig erachten kann und die geprüft werden müssten. Problem ist halt, diese Prüfungen können sich lange hinziehen. Teilweise gibt Lego von selber dann auf, wenn sie einsehen, wie zum Beispiel, das wird bei der, bei dem Zwo-Drittel-Brick wird das passieren neben dem 1x1. Weil die gab es einfach schon. Und bei den anderen Sachen muss man halt wirklich gucken. Also, ja, schaut es euch durch. Ihr werdet bei vielen Sachen denken, boah, was? Das sehen die wirklich als schutzfähig ein. Und dann behaltet wirklich mal hier das Designschutzgesetz, wirklich Paragraph 3 und 4 oder 1 bis 4 einfach mal im Kopf. Ich verlinke euch das auch unten. Und dann guckt hier wirklich diese Liste mal durch und dann könnt ihr ja mal unten so in die Kommentare reinschreiben, welche ihr richtig kritisch seht und wo ihr sagt, boah, da müsste eigentlich mal einer dran. Da müsste man eigentlich mal gucken. So, dann wollte ich ja noch ein Wort zum Urheberrechtsschutz sagen. Der Urheberrechtsschutz ist ja eine Sache, der entsteht ohne Eintragung in dem Moment, wo ein Werk entsteht. Allerdings gibt es da ziemlich genaue Anforderungen auch für. Das heißt, das muss eine gewisse schöpferische Tiefe haben, das Ganze. Und, ähm, naja, es wird halt nicht eingetragen. Das heißt, man kann es nicht prüfen. Und was ist eine schöpferische Tiefe, die ein Urheberrecht wirklich wert ist. Das sind Sachen, die ganz schwer zu prüfen und ganz schwer zu überprüfen und zu berücksichtigen sind als Händler, als Importeur. Und das weiß Lego auch ganz genau. Und da kann man die Leute mit einschüchtern. Und das funktioniert total super. Weil ich schreibe einfach dann eine Abmahnung, wo ich drin schreibe, pass auf, also du hast hier was, das Verkaufssuch, oh, das verletzt sowas von unser Urheberrecht. Und wo dann denkst du, sehe ich zwar eigentlich prinzipiell anders, aber mir jetzt hier auf einen 5- bis 8-jährigen Rechtsstreit mit euch einzulassen, nee. Nee. Das ist zum Beispiel bei den Brickheads der Fall. Bei den Brickheads vereinnahmt Lego auf die Idee der Brickheads ein Urheberrecht. Und man kann auf die Idee kein Urheberrecht haben. Auf eine Idee gibt es keinen. Also einen Konzeptschutz per Urheberrecht gibt es nicht. Da gibt es sogar Gerichtsurteile zu, die da ganz klar sagen, nee, nee. Eine Idee ist nicht urheberrechtsgeschützt. Das heißt also, die einzelnen gebauten Figuren, Brickheads, die es von Lego gibt, die sind sehr wohl urheberrechtsgeschützt. Weil da ist eine geistige Schöpfungsliefe drin, die ich keinem Designer absprechen möchte. Definitiv nicht. Aber die Idee an sich, das heißt also, wenn dann irgendjemand anders seine eigene Figur baut, da, nein, nein, da sehe ich das gar nicht. Und das sind auch Sachen, die müssten eigentlich mal geprüft werden, aber wer sollte das prüfen? Weil, ist schwierig, das Geld aufzubringen dafür. Das kann ein einzelner kleiner Händler nicht schaffen. Die chinesischen Hersteller interessiert es nicht genügend, als dass sie Geld dafür in der Hand nehmen. Die wollen einfach nur den nächsten Container vollstopfen und nach Europa verschicken. Die werden da auch nicht gegen vorgehen. Die haben keinen Bock, sich in den acht Jahre langen Rechtsstreit reinzustürzen. Die lassen dann diese Produkte einfach lieber aus und vor. Mache ich als Händler dann auch. Und sich als Händler zusammenzutun, ist auch schwierig da. Zum einen, das sind alles Konkurrenten, also ein Händlerverbund dazu machen. Auch die Produzenten untereinander sind Konkurrenten. Die gucken sich natürlich auch alle ein bisschen schäl aufs Fell. und ob man dann als Lego den bösen, bösen Gegner dann hat, wo sich alle unter einer Fahne scharren. Wer setzt sich dann den Hut auf? Wer ist der Chef bei der Sache? Zu viel Ego, könnt ihr knicken, wird nicht passieren. Ist einfach so. Müssen wir dann halt mit Leben, dass Lego das ausnutzt. Ist das Böse von Lego? Nicht wirklich. Es ist Standard im Geschäftsleben heutzutage von großen Firmen. Müssen wir damit okay sein? Muss uns das moralisch gefallen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, unsere moralischen Maßstäbe an den Großkonzernen anzulegen, ist schwierig. Da wird jeder Konzern verlieren. Egal wie gut er ist. Und da braucht eigentlich Nestle für zu sein. Aber es sind andere Bandagen mit denen, die spielen. Und wir müssen halt gucken, dass wir da irgendwie drum herum kommen. Von daher denke ich mal, dass der Weg keine rechte verletzenden Teile, keine UWG verletzenden Verpackungen, keine 3D-Marken verletzenden Figuren, wenn wir das alles berücksichtigen und die chinesischen Hersteller zu kriegen, das auch zu tun, dann haben die alternativen Klemmbausteine auf dem deutschen Markt eine gute Chance. Oder auf dem europäischen Markt, auch auf dem nordamerikanischen Markt, weil auch da strugglen die durchaus. Und ja, das Video ist jetzt schon was bei Minute 15. Wie schon gesagt, ladet es euch runter, guckt euch das mal durch, schreibt unten in die Kommentare, bei welchen Sachen ihr denkt, alter Vater, nee, nicht wirklich. Das müsste eigentlich mal angegriffen werden. Einfach nur mal brainstormen. Aber bleibt immer sachlich dabei und nicht, Lego ist eine Kackbude, kaufe ich nie wieder. Das ist nicht zielführend. und greift nicht Leute an, die Lego kaufen. Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn Lego ein schönes Set hat, dann gönnt das den Leuten doch, das zu kaufen. Das Leben ist viel zu kurz, als ich dann da den Kopfwegen gegeneinander einzuschlagen, zugunsten oder zu Ungunsten von irgendeiner Firma. Aber schaut es euch trotzdem mal an. Einfach nur, um zu wissen, wie viele Steine sind, die im alltäglichen immer wieder beim Weg laufen, die hier durchaus zu schweren Stolpersteinen für Importeure, Hersteller und Marken werden können. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu langarmig und zu uninteressant. Ich würde mich natürlich freuen, wenn da jemand mal in den Ring steigen würde mit Lego, aber ich werde es definitiv nicht sein. Ich habe da keine Lust momentan mehr für. Solange die mich nicht angreifen, werde ich die auch nicht angreifen. Ich möchte hier mit Kiddy Craft eine gute Alternative an den Markt bringen, die für Lego nicht anzugreifen ist. Ich versuche das wirklich über die Schiene zu machen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich habe Geld über, ich greife die mal an. Ist so teuer auch nicht, muss man fairerweise sagen. Aber es ist halt eine Menge Geld, die man anderweitig auch gerade in der heutigen Zeit sinnvoller einsetzen könnte für sich als Mensch persönlich, als Einzelperson. Okay, das war es mit mir hier an dieser Stelle. Ich denke, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt. Solltet ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, dann macht mir doch einfach einen netten Emoji mit unter eure Kommentare oder einfach nur ein Emoji als Kommentar, einfach mal um zu sehen, um zu gucken, wie viele Leute wirklich bis zum Schluss dabei bleiben und dann so einem Aufruf noch folgen. Wäre ganz interessant. Und ansonsten wünsche ich euch nur eine schöne Vorweihnachtszeit, viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Habt eine gute Zeit mit euren Lieben und wir hören und sehen uns auf der anderen Seite des nächsten Jahres und vielleicht auch noch vorher mit anderen Sets, die ich euch hier vorstelle. Bis dahin bleibt mir nur euch viel Spaß zu wünschen. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss.